Hallo ihr Lieben, hier ist eure Aschna und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Und wir fangen gleich mal an, ein neues Spiel. Los geht's. Ja, wir wollen ein neues Spiel. Geh weg, du Schweine. Verschwinde, oder du wirst bluten. Holmes, helfen Sie mir. Do not fight for calling. Blut. Ich bitte Sie, Holmes. Nein, nein, das kann nicht sein. Es kann nicht so enden. Schon wieder plagt mich dieser Albtraum. Er lässt mich nicht vergessen. Wie hat das alles angefangen? Frogware präsentiert Sherlock Holmes, ein neues Abenteuer. Die Spur der Erwachten Zwei Jahre zuvor in London, am 6. September 1894 Und wir gehen in die Baker Street Und zwar in die 221 B zu Sherlock Holmes Guten Morgen, Holmes. Sieht nach einem typischen Tag in London aus. Nebel am Morgen, Nebel am Nachmittag Und jetzt die Überraschung. Nebel am Abend. Guten Morgen, Watson. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin seit 5 Uhr auf den Beinen Und meine Patientenliste für heute scheint nicht kürzer zu werden. Und was noch unerträglicher ist, ich konnte noch nicht einmal einen Blick in die Morgenzeitung werfen. Man sagt, der Minister wird angeblich Holmes, was ist los? Sie hören mir ja gar nicht zu. Das ist die Langeweile, mein lieber Watson. Das Leben ist gewöhnlich, die Zeitung ist leblos, jede Spur von Kühnheit und ich würde sogar sagen, Romantik ist aus der Welt des Verbrechens verschwunden. Das geht vorüber. Holmes. Sie wissen doch ganz genau, dass sich früher oder später ein außerordentlicher Zwischenfall in London oder in der Nähe ereignen wird, der unbedingt die Fähigkeiten des Sherlock Holmes erfordert. Dann hängt es von ihrem beweglichen Geist ab, die Dinge zurechtzurücken, was ihren ständigen Bedarf an mentaler Gymnastik decken sollte. Ihr Wort in Gottes Ohr, Watson. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich muss jetzt gehen, Holmes. Ich habe einen Termin mit einem recht ekelhaften Mann, Captain Stanwyck. Er ist offenbar in einem furchtbaren Zustand und der Tachycardina wegen eines Problems mit seinem Diener. Machen Sie doch einen flotten Spaziergang, Holmes. Kaufen Sie sich vielleicht eine Zeitung oder besuchen Sie diesen Barnes in the Glendworth Street. Erinnern Sie sich an ihn? Den Buchhändler. Er hat ein paar neue Bücher von der Sorte, die Ihren Geist eine Weile beschäftigen sollten. Okay, da sind wir nun und spielen Sherlock Holmes. Und bevor ich jetzt anfange, noch kurz ein paar Worte vorweg. Ich habe das Spiel früher schon mal gespielt. Es ist eine ganze Weile her, aber da habe ich nur den Anfang gespielt. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ist dann nicht weiter gespielt. So, und dann habe ich es jetzt vor ein paar Monaten angefangen, nochmal zu spielen, und zwar zu Let's Playen auch. und habe jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen gemacht. Allerdings dann festgestellt, dass ich das Programm, also das Aufnahmeprogramm, nochmal wechseln musste. Und deswegen muss ich jetzt die ersten zehn Folgen nochmal neu spielen. Und zwar mit dem jetzt, mit dem anderen Programm, was ich jetzt verwende. Und von daher hoffe ich mal, oder schätze ich mal, dass es jetzt relativ zügig gehen wird, die ersten Folgen lang. Und ich bin gespannt, ob ich die zehn Folgen, die ich von dem anderen Programm, ja, also, wo ich das mit dem anderen Programm gemacht habe, und quasi zehn Folgen daraus geworden sind, bin ich gespannt, ob es jetzt bei der jetzigen Aufnahme wieder zehn Folgen werden, oder ob es kürzer wird. Weniger als zehn Folgen sozusagen. Ich bin gespannt, und ja, so viel vorweg erstmal. Und dann fangen wir an, und ja, man kann es, wie man hier sieht, so schön mit der Maus spielen. Allerdings kann man sich nicht so sonderlich gut umschauen. Das zeige ich euch gleich mal. Und zwar sieht man das ganz gut hier hinten. Wenn ich jetzt hier gehe, ja, kann ich nicht wirklich gucken, was jetzt hier an diesem Kamin ist. Und wenn ich jetzt hier hinklicke, bin ich der Meinung, müsste man ja hier durchgehen, also vor oder hinter dem Sessel, je nachdem. Aber er rennt so diesen Weg. Von daher nehme ich, obwohl ich, oh, hoppala, das wollte ich noch gar nicht machen. Zurück. Obwohl ich, ehrlich gesagt, kein Fan von Ego-Perspektive bin, mache ich das hier. Aber, zack, Ego. Gut, hoch. Das war ein bisschen schnell. Weil so, also spielen wir jetzt mit Ego und mit Maus und Tastatur. So. Und kann dann nämlich hier auch wunderbar reinlaufen und wunderbar die Gegend genau erkunden und euch zeigen. Und das finde ich so wesentlich schöner als in der Third-Person-Perspektive, wie man ja eben gesehen hat. Und vorweg allerdings, wie ich hier gerade angedeutscht habe, bin ich nicht so der Ego-Perspektiven-Spieler. Mir wird in manchen Spielen ein wenig übel von diesem ganzen Hin- und Hergedrehe. Aber hier dürfte das gehen. Hier bin ich ja jetzt nicht so in Eile und in Hektik. Also hier können wir uns ja ganz in Ruhe umschauen und die Kamera in Ruhe drehen. Das dürfte also gut funktionieren. Und wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Folgen aufgenommen und da ging es bis jetzt ganz gut und ich muss sagen, so ist es wirklich viel, viel schöner. Okay, also legen wir mal los. Einschusslöcher. So, durch diese Tür kommen wir nicht. Und, ach ja, Moment. Ich wollte ja noch zeigen, bevor ich das vergesse, unser Menü. Was wir da so alles haben. Hier sind erst mal die Gegenstände. Da haben wir bis jetzt nur ein Taschenmesser. Hier finden sich die Dialoge. 6. September 1894 früh am Morgen in der Baker Street hatten wir gerade ein Gespräch mit dem Dr. Watson. Die kann man also immer schön gut nachlesen. Ist auch sehr wichtig später. Genauso wie die Textdokumente. Und die Berichte, die wir jetzt noch nicht gefunden haben, sind aber immer sehr hilfreich und sollte man sich gut durchlesen. Und hier haben wir die Karte. Und da haben wir jetzt die Karte von London und hier diesen Abschnitt von der Baker Street sozusagen. Und hier ganz zur Not, wenn man mal absolut überhaupt nicht weiterkommt, das Fragezeichen. Ich mache es kurz mal auf. Lösungshilfen sind das. Okay? Ich hoffe, ich muss sie nicht so oft verwenden. Nur im allerhöchsten Notfall werde ich diese verwenden. Ansonsten versuche ich es ohne. Okay. Genug geredet. Wir nehmen uns die Streichholzpackung. So, ich mag es immer nicht so gerne, wenn ich schon mal die Folgen Let's Played habe und ich das dann nochmal neu mache. Dann will man nicht immer das reden, was man vorher schon so alles erzählt hat. Und andererseits will ich aber auch nicht euch jetzt so viel vorenthalten. Also versuche ich nochmal hier die Gegend euch nochmal so ein bisschen zu zeigen. Schöne Bücher. Das hier ist unser Labortisch. Da müssen wir später nochmal hin. Da können wir jetzt noch nichts tun. Also da werden wir Sachen untersuchen müssen. So, hier kommen wir rein. Und das hier ist das Bett, das wir eben in dem Prolog schon gesehen haben, wo Watson drin geschlafen hat. Das er allerdings ein paar Jahre vorher schon gesch... nee, später erst spielt. Wir spielen jetzt quasi vor, bevor diesen Prolog. Und trotzdem ist das Bett ganz schön zerwühlt, als ob hier jemand drin geschlafen hatte und einen furchtbaren Traum gehabt hatte. Okay. So, jetzt werden wir erstmal rausgehen auf die Straße, die Gegend ein bisschen erkunden und das tun, was uns der Watson empfohlen hat. Und das wäre zuerst mal eine Zeitung zu lesen. Strand, Strand, kaufen Sie den Strand! Eine Prinzessin wurde attackiert. Strand, Strand, kaufen Sie den Strand! Und, mein junger Freund, was gibt es Neues? Nichts von Interesse für den großen Detektiv, Sir. Diese alten Wichtigtuer besetzen halb London mit ihrem großen wissenschaftlichen Theater und irgendeine kandisnawische Prinzessin macht die Einheimischen verrückt von Neugier. Ein Mitglied des skandinavischen Königshauses ist in London? Wenn du und die anderen Jungs mit euren scharfen Augen mehr über ihren Besuch herausfinden könnt, habe ich ein paar Münzen für eure Taschen hier. Klaro, Mr. Holmes. Wenn es was herauszufinden gibt, dann erfahren es, die Ordnungswidrigen. Ich sage den Jungs Bescheid. Ich muss meine Informanten in Form halten. Und, wir haben eine Zeitung gekauft. 6. September 1894, die Zeitung der Strand. So, daraus werde ich jetzt ehrlich gesagt nichts vorlesen, weil das bisher, also, ich habe ja wie gesagt schon gespielt und da war das ausnahmsweise nicht wichtig. Okay, also hier steht nur irgendwas über das Himmelsphänomen, hier ist irgendjemand gestorben, ja, irgendeinen Witz, aber den finde ich jetzt auch nicht so super, und ein dreistensiebstahl. Aber wie gesagt, also es gibt später noch ganz viel zu lesen, das werde ich euch jetzt erstmal ersparen. Okay, ich weiß auch, dass es hier lang nicht gehen wird und ich kann auch irgendwie rennen, aber so, die Kutsche ist auch jetzt noch nicht von Bedeutung und ich muss mal ganz kurz, ich bin ja auch nicht so der Tastaturen- und Computerspieler, eigentlich bin ich eher so der Konsolentyp, deswegen muss ich erst immer nochmal gucken, wo die Tasten hier sind. So, das war nicht die Schnelllauftaste. Ah doch, okay. Alles klar, jetzt habe ich es. Und was ich ganz schön, was ich, äh, was ich immer wieder hier toll finde, diese ganzen kleinen Details und hier die Tauben, die sind so putzig, obwohl die echt zahm sind, die fliegen nicht weg, die haben keine Angst vor uns. So, Golden Lion. So, und der Wachmann, der redet mit uns. Entschuldigen Sie, ich suche die Buchhandlung Barnes. Kennen Sie die zufällig? Die kenne ich, Mr. Holmes, gut sogar. Die Buchhandlung ist in der Glantworth Street. Erste Straße rechts, nächste links, da ist sie dann schon. Okay, vielen Dank. In die Buchhandlung, da sollten wir auch gehen, das tun wir also ab in die Malcolm Street. Und ja, ich habe eine ganz furchtbare englische Aussprache, es tut mir leid. Also, wenn ich irgendwas nicht richtig sage, verzeiht es mir bitte. Ein süßer Mops. So, und diese Uhren sind mir schon aufgefallen hier, beim letzten Mal. Zehn nach sechs. Und hier, diese Dame. Hallo, guten Tag. Die solltet ihr euch mal einprägen, die wird nämlich später noch ein paar Mal auftauchen. Ja, merkt euch das? Hut mit so einem komischen Netz vorm Gesicht. Ziemlich rot gekleidet. Okay, da hinten sieht man schon, ist eine Absperrung, das erspare ich uns, da kommen wir nämlich nicht lang. Schönen Gruß, Miss Flemming. Guten Tag, Mr. Holmes. Guten Tag. Und ich sehe gerade jetzt, wo ich gerade diese Frau mir nochmal näher angeguckt habe, und diese Frau, die sehen sich verdammt ähnlich. Ne? Schon? Nur die Farbe unterscheidet sich. Von daher... Na gut, egal. Ich sag mal jetzt nichts. Ich werde später nochmal irgendwie drauf eingehen. So, da hinten kommen wir auch nicht weiter. Das weiß ich auch schon. Ist auch gar nicht so weiter schlimm, weil wir müssen ja hier in die Buch... in die Buchhandlung. Ne? Zu Barnes. Also Barnes Bookseller. Gehen wir doch mal rein. Guten Morgen, Mr. Holmes. Wie geht es Ihnen? Ich habe einige neue Bücher, die Sie interessieren dürften. Ein hübsches, illustriertes Werk über Fische und eine Sammlung von Piratenlegenden. Sie müssen hier irgendwo sein. Und die werden wir uns auch nehmen. So, das eine ist hier. Ah, das Piratenbuch. Das ist das Piratenbuch. Und auch das werde ich nicht vorlesen, weil... Schaut es euch an. Es sind vier Seiten. Und ich denke, auch die sind nicht so wichtig. Wer das lesen möchte, kauft sich natürlich das Spiel. So, okay. Da ist das Fischebuch. Das werden wir uns allerdings näher anschauen. Genaue Zeichnungen und anatomische Daten der Unterwasserwelt der Tiere Band 2. Dort sehen wir links Fische und rechts deren Schuppen. Rotfann... Rotwanz... Rotschwanz meine ich natürlich. Rotschwanzschnapper. Silberne Meerforelle. Roter Trommler. Spanische Sardine. Barsch und die Rotbrasse. Hier kann man quasi die Schuppen den Fischen zuordnen. Oder eben schauen, welche Schuppen die Fische so haben. Okay, lassen wir das so im Raum gestellt. Auch hier ist eine Uhr und zack. Und plötzlich ist es nicht mehr 10 nach halb. Ne, Quatsch. 10 nach um 6. Sondern hier ist es für 5 nach... Naja, so 7 nach 12. Das hat mich beim letzten Mal auch ein bisschen irritiert. Irgendeine Uhr geht hier falsch. Entweder diese oder die draußen. So, ähm... Ich nehme sie. Danke sehr. Und auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Wir nehmen also die Bücher. Auf Wiedersehen, Mr. Barnes. Und gehen wieder raus. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Uhr draußen ein. Diese verflixten Ohren. Und die ist nämlich jetzt auf fast Viertel. Nach 6. Die scheint also zu gehen. Das finde ich cool. Und auch die Taube da. Die ist mir beim letzten Mal noch gar nicht aufgefallen. Die ist auch gut. Ansonsten ist es echt schön hier gemacht. Muss ich sagen. Gefällt mir alles. Auch diese kleinen Details sind super. Und was ich ganz besonders toll finde damals noch, ne? Hier sind die Straßen auch nicht so überfüllt. Man hat viel Platz. Man kann überall laufen. Keine Autos fahren. Herrlich. So, und da hinten sehe ich schon. Seht ihr ihn auch? Ich hänge. Moment. So, jetzt. Holmes. Genau. Hier. Das wollte ich sagen. Wir sehen Dr. Watson. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin zu ihm. Ach, gut, dass ich Sie finde, Holmes. Wie ich Ihnen schon sagte, heute Morgen war ich bei Captain Stanwyck. Seine Symptome sind zwar nicht ernst, aber die Umstände, die zu seinen Herzbeschwerden führten, sind recht eigenartig. Vielleicht werden Sie daraus schlau. Hier sind Captain Stanwyck und Sergeant Ruffles. So, und wir haben einen Eintrag bekommen auf die Karte. Hier sieht man jetzt schon Baker Street 221. Da ist unser Quartier sozusagen. Da wohnen wir. Hier ist Captain Stanwycks Haus und hier war Barnes Buchhandlung. Und wir gehen jetzt zu Captain Stanwycks Haus. Beziehungsweise gehen wir jetzt zu Herrn Stanwyck und reden mal mit ihm. Schauen wir doch mal, was er für ein Problem hat. Captain, wie Watson mir berichtete, sind Sie ziemlich aus der Fassung. Das würde jedem anderen aus nichtigeren Gründen ebenso gehen. Mein Diener hat mich mitten in der Nacht verlassen. Verdammter Undank nach allem, was ich für ihn getan habe. Und die Krönung ist, er kann kein Wort Englisch. Wenn er jetzt irgendwelche Schäden verursacht, wird mich die Wut der Leute treffen und ich muss die Konsequenzen tragen, da ich derjenige bin, der ihn nach England brachte. Wie lange stand er in Ihren Diensten? Und verschwindet er häufig auf diese Weise? Wir sind vor jetzt mehr als fünf Monaten aus Australien zurückgekehrt. Aber zu seiner Ehre muss ich sagen, er hat dieses Haus bisher nie verlassen. Er hat Angst vor der Stadt, wie viele Bewohner des offenen Geländes. Könnte er etwas gestohlen haben? Auf mein Wort, nein. Wie viel Geld hat er bei sich? Ehrlich gesagt, er hatte gar kein Geld. Ich verwarte seinen Lohn für ihn und der ist in meinem Safe. Was zum Teufel sollte er wohl auch mit Geld anfangen? Wer wusste, dass er in Ihrem Haus arbeitete? Hatte er Kontakte hier in London? Jeder, der beruflich mit mir zu tun hat, weiß, dass Baopa mein persönlicher Diener ist. Was seine Kontakte angeht, die beschränken sich auf Lieferanten, die Lebensmittel oder andere Gegenstände in mein Haus bringen. Welchen Grund könnte er haben, jemanden anderen zu treffen als mich? Und wir reden noch mal... Was heißt noch mal? Und wir reden jetzt mit dem Sergeant noch. Also, Sergeant, worum geht es und welche Teile dieses Verbrechens haben Sie festgehalten? Dem offiziellen Bericht zufolge wurden die folgenden Einzelheiten aufgenommen. Ein junger Maori namens Baopa wurde von seinem Arbeitgeber Mr. Stanwick als vermisst gemeldet. Niemand im Umfeld hat irgendetwas Relevantes in dieser Angelegenheit gesehen oder gehört. Um ehrlich zu sein, befassen wir uns nur selten mit solchen Fällen. Aber der Junge spricht kein Wort Englisch und verfügt nach Angaben seines Arbeitgebers über beträchtliche Kräfte. Bedenkt man die wilden Sitten seines Heimatlandes, wer weiß, welchen Schaden er verursachen könnte. Sie müssen wissen, Mr. Holmes, dass es kürzlich einige ähnliche Fälle gab. Die Tatsachen ähneln sich sehr. Einwanderer aus den Armenvierteln wurden von ihren Familien als vermisst gemeldet. Wir glauben, dass ein drittklassiges Bordell seine Türen für die ansässigen Exoten geöffnet hat. Und Sie können sich vorstellen, Mr. Holmes, dass sich das wie ein Lauffeuer verbreiten würde. Mit seinem einzigartigen Aussehen und dieser Sprache finden wir diesen Jungen im Handumdrehen. Ich nehme an, er wird nichts Schlimmeres vorzuweisen haben als leere Taschen und einen zufriedenen Ausdruck auf dem Gesicht. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich wäre Ihnen jedoch höchst dankbar, wenn Sie Ihre Vorgesetzten bitten würden, mir die Berichte über diese ähnlichen Fälle zu senden. Ich verlasse mich auf Sie, Ruffles. Woodson, setzen Sie Ihre Suche hier fort. Ich muss einer anderen Spur nachgehen. So, okay, das ist also sozusagen unser erster Fall. Der hier Stanwyck hat also einen Diener, den war Opa. Und der ist spurlos verschwunden. Okay, und ich werde jetzt einfach mal so tun, als wüsste ich noch von gar nichts. Also ich werde nicht spoilern und verraten, wie es hier noch weitergeht. Und ich lasse es erst mal so im Raum stehen. Für diejenigen, die das Spiel eben noch nicht kennen. um nicht die Spannung zu nehmen. Also der Diener bei Opa ist verschwunden und wir werden gleich mal hier ein bisschen auf Spurensuche gehen, um herauszufinden, was denn hier passiert ist. Aber bevor wir das tun, mache ich eine kurze Aufnahmepause. Ich werde speichern und ihr, die die Folge vielleicht euch bis zum Schluss angeschaut habt, könnt mir einen kleinen Kommentar da lassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr riesig freuen. Ja, schreibt, wie ihr es gefunden habt. Ob ihr, ja, auch wenn ihr Wünsche, Anregungen, was auch immer, Kritik habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich über alles und hoffe, dass wir uns einfach in der nächsten Folge dann wiedersehen. Ja, das war es auch schon. Also bis gleich. Tschüss! Wir hören uns. Untertitelung des ZDF, 2020